So, Kalenderwoche 13, Uploadplan, Rückblick, Vorschau, Infos und so weiter. Zuerst mal der Rückblick. Hier hat der Montag begonnen. Von letzter Woche, da habe ich hier Brickforce. In Brickforce gab es mal die Woche, ich fange einfach, ich gliedere das in Spielen, glaube ich so. Wieder neue Waffen, und zwar ausschließlich Plasmagewehr. Das hier ist eine sehr schnelle Waffe, die auf Entfernung eher weniger kann. Dann Triton-Kanone, eine Sniper mit 3 Schüssen und sehr langer Nachladezeit. Tachyon-Blaster, auch eine sehr coole Sturmgewehrwaffe. Dann Starlight, eine Sniper, die vergleichbar ist mit der Snake. Ein Schuss und dann ist Schluss und die Devastator 2.100 Schüsse. Auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die auf schwere Waffen mit vielen Schüssen stehen. So, ebenfalls am Montag dann der Mighty Quest for Epic Loot. Und da habe ich wieder eine fiese Fallen-Kombi entdeckt in diesem Video. Dann in Folge 7, ein paar Dungeons ganz normal durchraden. Genauso wie hier, wollte ich Level-Up erreichen für einen neuen Skill. Welchen ich dann hier auch im nächsten Video einsetze. Das hier, Folge 10 am Wochenende. Da baue ich so richtig lange und ja, das wird ein interessanter Dungeon. Und am Sonntag gab es dann noch, oh, da habe ich ein Schloss gefunden, welches von 80% aller Spieler gefailt wird. Also nur 20% kommen da durch. Und ich versuche es auch mal. Wer wissen möchte, ob ich feile oder gewinne, der sollte sich das reinziehen. Ich konnte übrigens alle Uploads, so wie hier geplant, einhalten. Und bin ganz zufrieden mit dem Konzept hier. Danke auch für das ganze Feedback, für Vorschläge und so weiter. So, das war Montag, Montag, Montag. Dann Dienstag, Dienstag. Da kam auch ein Video über das neue Update Release 121 in Drakensang Online. Dort sind auch alle Änderungen vom Vollmond-Event. Ich bin am Wochenende leider nicht dazugekommen, ein Video über das aktuelle Vollmond-Event zu machen. Das dauert ja immer nur sehr kurz und das ging sich nicht aus. Also wer trotzdem die Änderungen wissen möchte, hier in diesem Video. Dann bei Skill gab es diese Woche die Themen, wie lange kann man Videos machen, wie lange werde ich noch Videos machen. Bis 30, 40, 50 oder 99. Und das Vorproduzieren von Videos dann am Wochenende, weil ich das jetzt wegen Uploadplan und so weiter auch ein bisschen intensiver mache. Und da rede ich ein bisschen darüber. Ja und dann, das ist für mich das Highlight der Woche. Naja, alle Videos sind für mich Highlights. Aber das war auf jeden Fall ein Video, welches auch wie man an den Aufrufen sehen kann, definitiv eingeschlagen ist. Ich habe hier ein paar Runden gespielt und dann treffe ich einen Drachenkrieger. Zweimal sogar, einmal mit ihm, einmal gegen ihn. Und der hat 14.000 Lebenspunkte. Es gibt noch ein bisschen mehr Luft nach oben, aber sowas sieht man nicht alle Tage. Und ja, kann man sich mal reinziehen. So, das war dann Mittwoch, Mittwoch. Donnerstag, Donnerstag. Freitag, Freitag, Samstag, Samstag. Ja und dann noch hier am Sonntag gemütlich endet die Woche mit PvP und da rede ich wieder drüber, ob, also wieder über ein anderes Thema. Und zwar in Drakensang gibt es ja nur ganz wenige Skills in der Hotbar und andere Games haben da noch mehr. Es gibt natürlich noch weniger wie in der Mighty Quest. Und ich rede so drüber, ist es gut oder schlecht, Vorteile, Nachteile, was macht mir mehr Spaß. Und im Hintergrund laufen zwei Runden Sturm der Festung. Ja, das war es von der vergangenen Woche und jetzt geht es zur Vorschau. Und das habe ich für diese Woche geplant. Am Montag, das wird vermutlich jetzt schon online sein, Brickforce. Da gibt es die Osiris Pistolenrunde und dann am Nachmittag der Mighty Quest for Epic Loot. Genauso wie am Dienstag, Brickforce, der Mighty Quest for Epic Loot. Und Skill mit dem Thema Livestreams, warum ich bisher keine gemacht habe oder ja, alles drum und dran. Am Mittwoch wie immer Drakensang PvP. Thema habe ich noch nicht, weil die Folge noch nicht aufgenommen ist. Also Themenvorschläge ruhig her damit. Und am Mittwoch wird auch ein neues Browserspiel starten. Aber das ist nur so ein kleines Angespielt. Jedoch bei Browsergames, da liegen dann immer ein, zwei Tage dazwischen. Zwischen diesen Folgen, dass ich auch dann schon mehr Geld habe und ein bisschen mehr herzeigen kann. Das kommt dann so 17 Uhr, vermutlich Punkt 17 Uhr, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und deshalb habe ich hier am Mittwoch und Freitag der Mighty Quest ausgegraut. Wenn es kommt, dann ist es ein Bonus, aber darauf darf man sich nicht verlassen. Ich sage mal so zu 50%. Aber am Donnerstag, Brickforce und der Mighty Quest fix. So, Freitag eben, Brickforce, der Mighty Quest vielleicht und auch das Browserspiel. Es wird wahrscheinlich da enden mit drei Folgen. Ich habe momentan zwei aufgenommen. Mal schauen, vielleicht werden es vier. Dann kommt das noch am Sonntag eventuell. Ja genau, Samstag, dann Brickforce, der Mighty Quest und Skill mit dem Thema. Muss man in einem Spiel gut sein? Besonders auch, wenn man Videos davon macht und so weiter. Und der Sonntag, die Woche endet gemütlich. Wieder mit Drakensang PvP. Und The Mighty Quest, obwohl ich hier jetzt schon sehr viel aufgenommen habe. Also, nicht im Voraus, aber allgemein bin ich schon recht weit bei den Folgen. Von daher, da werde ich dann, ja so fünfmal die Woche. Bisher war es schon recht oft, aber das wird dann runtergeschraubt so auf fünfmal die Woche. In der nächsten Woche dann KW14. Aber das kommt ja dann sowieso noch der Plan für die nächste Woche. Was ich so gelesen habe, war zum einen Mal, ach so wenig DSO immer. Aber wenn kein Event kam, okay, jetzt war Vollmond, aber am Wochenende, genau nur so Samstag, Sonntag, da konnte ich leider nichts machen. Und zweimal die Woche kommt ja fix DSO PvP, wo ich echt zufrieden bin, dass ich das eingeführt habe. Weil ansonsten, ja, wäre viel weniger Drakensang noch. Ich muss auf Events und Updates warten. Ich kann mir nichts aus den Fingern saugen oder so. Ja, das ist leider so. Von daher, genau. Also, sollte irgendwo ein Event unangekündigt kommen, dann werde ich das Video sofort hochladen, wenn es fertig ist. Das ist dann egal, wegen Uploadplan und so. Genau, das Browserspiel werde ich noch nicht verraten, was das ist, um noch ein bisschen so die Spannung zu bewahren. Genau am Dienstag wird auch Hero Zero Server 8 starten. Ich muss schon mal enttäuschen, es wird nicht Hero Zero sein. Denn da müsste ich, wenn ich sowas mache, ein neuer Server in so einem Spiel und dann echt intensiver spiele, müsste ich in den nächsten Wochen mehr Zeit haben. Aber die Woche darauf wird einiges bei mir starten. Und da wird es dann in Zukunft auch ein paar Videos geben. Ich werde noch nichts verraten dazu. Aber die Links dann, wie immer, in der Beschreibung und vom jeweiligen Video natürlich auch. Jo, das wird die Woche sein. Ich wünsche viel Spaß bei den Videos und freue mich auf jeden Fall auf Themenvorschläge, die ich dann überall einbaue und so weiter und so fort. Und da wird es dann auch noch ein paar Videos geben. Und da wird es dann auch noch ein paar Videos geben.